Hallo, herzlich willkommen bei ActionBlockTV. Mein Name ist Alexander Urth, ich bin Choreograf für Kampf- und Fechtszenen auf der Bühne. Heute möchte ich euch den Hauptsprung zeigen, als alternative Verteidigung gegen einen Angriff zu den Beinen. Wir hatten in einem anderen Videobeitrag gesagt, wenn ein Angriff hier zu meinem Fuß erfolgt, kann ich das Bein auch einfach zurückziehen. Das ist die elegante Methode. Wenn ihr etwas mehr auf Action steht, könnt ihr einfach auch losspringen. Wichtig ist, dass im Sprung beide Beine hochgezogen werden. Es ist also weniger ein Sprung nach oben als ein Hochziehen der Füsse. Das übt man am besten mit einem sehr vorsichtigen Partner. Nachdem man nicht in Zeitlupe springen kann, muss der Partner schon in ordentlicher Geschwindigkeit unter den Füßen durchschlagen. Nehmt also erstmal einen weichen Gegenstand, eine Schwimmnudel oder so zum Trainieren. Gut, den Hocksprung nochmal nach vorne. Ganz gerne choreografisch in Verbindung mit Abducken. Gut, ich muss um Verzeihung bitten. Ich habe heute schon meine Beine gut trainiert, darum bin ich etwas lahm. Viel Spaß beim Üben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, ich muss um Verzeihung bitten.